weiter du verschwender hallo willkommen zurück der raffi war böse ich weiß passt das doch kommen wir ganz gut der raffi meint wir bereiten uns gut vor und bringt voll viele tränke mit so so eisenhauttränke und dann trinkt er beide selbst der arsch ja ich wusste nicht was wegwerfen wir sind so voll die schweinerei also ich habe was bekommen ich habe brisk panic necklace increases movement speed after being struck besser als meinen höhenmeter dann brauche ich hier noch so ein bisschen zu oder dass das klappt wieder nicht ich will es werden ja gewonnen gewonnen das war so klar nein also man könnte meinen wir haben zu viele bomben ja du wir haben es ja jetzt kommen wir schon wieder tausend viecher an meine fresse was habe ich das sind fackeln habe ich gesagt so willst du machen oder ja ich bin dran ich bin dran aus der bahn du darfst das happy meal aufmachen ich bin wichtig dann beschütze mich mal hast ja eisenhaut sollte nichts passieren jetzt habe ich noch eine rottet fork die ist aber der monik also gut plus 14 damage prozent also plus 14 prozent plus fünf prozent critical strike chance und wieviel der macht die 16 ich glaube das ist besser als mein schwert warte ich mal gerade gucken wie die mein schwert macht auch 16 damage ah guck mal so geht die ist natürlich schon geil brauchst du die nö kannst du haben natürlich ich glaube die ist besser als mein schwert vielen herzlichen dank sehr gerne dann sollten wir uns jetzt schnell rüber machen die nächste das nächste herz erobern warte lass mal kurz ausprobieren wo ist denn das ganz unten oder links auch hier kannst du auch ertrinken das ist gar nicht mehr so ungefährlich muss ich hier nein warte hier mache ich so bomben der sprengmeister du bist der waldmeister ich habe das übrigens mal zugebaut weil das ist schon ganz schön tief daneben an sondern dürfte ja gleich kommen ich würde fast sagen wir gehen oben hin oder ja hier unten ist ein bisschen eng jetzt kommt mal ab that's what he said brain of cthulhu ich habe schon wieder ein bisschen angst vergisst die wolke nicht ne ahja stimmt wolke wolke und so äh wolke 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 wo ist mein stapp da ist mein stapp nein ist nicht mein stapp so so warte was soll ich dich hin lassen wir kommen da nicht hin hast du das gesehen die hauen ab doch jetzt oh 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 frisst das gehirn das ist natürlich schon geil aber das sind aber zu alter nein oh mein Boah, Hilfe! Bist du tot? Ne, ne? Warte. Oh mein Gott. Ja, oh, ja, ja. Ja, ja. Ja, das war gut. Das war's nice. Warte, oh mein, die Leute ist weg. Ah, ich steh in ihm! Okay, oh, oh, oh. Boah, wie lange kann ich denn keinen Trank trinken, Alter? Was soll ich auch mal machen, gell? Oh mein Gott, nein. Ich bin gleich tot wieder. Nicht sterben. Nicht sterben. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht heilen. Bin tot, oder? Nein, noch nicht. Ha! Ich auch nicht. Nein, scheiße! Der schnellt uns den Rückweg ab. Oh, scheiße. Oh, 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 oh! Nein, die Spinne! Aber das war's schon mal. Ja! Gib ihm! Oh mein Gott. Ach, Ravi, du bist so schlecht, ey. Ja, wenn du alle Augen besiegt hast. Ja, dann geht der nochmal richtig auf. Und das ist wie so ein Ei auf Cthulhu. Oh, das Party Bunny ist geil. Ach stimmt, ja, die ist auf Kamera gekommen. Ja. Wie hieß sie? Bunny the Party Girl. Ja. Euter Schwerte. Na ja, guck mal, aber wir haben uns schon gesteigert. Ja, wir haben die richtige Taktik. Ich frag mal, was die hier so macht. Was ist denn dein Job, Mädchen? Hast du dein Geld weggetan? Do you party? Äh, noch nicht. Konfetti. Smoke Bomb. Bubble Maschine. Alter Schwede, hier kannst du richtig sinnlosen Scheiß kaufen. Geiler Scheiß. Ja. Oh, ich hab 76 Crimtain Ore. Ich habe... Tissue Sample. Wollen wir uns aus dem Crimtain Ore was machen? Können wir eigentlich, ne? Warte, ich geb dir auch noch meins. Ja. So ne Rüstung wär vielleicht nice. So. Hast du nicht noch Bars? Achso, die hast du reingetragen. Die Bars sind in der Truhe. Dann müsstest du die jetzt haben. So ein komplettes Rüstungsset wär halt geil. Na gut, dafür wird's nicht reichen. Das ist zu teuer. Ja, 41 Bars hab ich. Das ist die Frage. Tissue Sample. Ah, man braucht auch Tissue Sample, um das zu craften. Die hab ich. 16 Stück. Ja, ich hab 19. Gib mal her. Gib mir. Gib mal her. Oh, wir können uns natürlich auch ne Pickaxe machen. Dann könnten wir das wahrscheinlich abbauen. Welche Stärke hat die denn? 70. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Da wär ich eher für. Able to mine Hellstone. Und dann können wir uns eigentlich... Ja doch, mach mal. Und ne Flash Grinder. 23 Millilie Damage. Krass. Möchte ich, möchte ich, möchte ich. Zwei Pickaxes. To go, bitte. Sollen wir machen. Ja, klar. Los. So, hier. Wo ist eigentlich unser Gold? Hab ich alles in das Ding getan. In die Piggy Bank? Ja. Nö. Das sind nur vier Silber und 66 Copper drin gewesen. Da war kein Gold. Na, du musst links unten schauen. Nicht rechts oben. Wofür haben wir denn die Piggy Bank? Ja, hier links unten ist elf Gold Coins drin. Wat? Da sind elf Gold Coins drinnen. Das rechts oben ist deine Money. Äh, oder dein Geld. Ich guck drin, was unten in dem Teil ist. Wie in der Truhe. Ist das getrennt vielleicht? Für uns beiden? Ach so. Kann das sein? Weil, du kannst anscheinend auch gleichzeitig reingucken. Ja, ach so, da ist es getrennt. Weil das hab ich da in den Pickaxe aufgenommen. Dann haben wir schon ziemlich viel Zeug. Her, her, her. Boah. Zehn Millilie Damage. Hey, die macht da nicht so viel Damage. Wie? Hast du mir so ne Scheiß, äh, Scheiße gekrafen? Deine ist bestimmt besser, ne? Ja, vielleicht. Ja, das ist ne Pickaxe. Ich mein, Damage brauchst du da eh nicht. Geh mal von der Truhe weg. Soll ich noch nen Helm machen? Geh mal von der Truhe weg. Ja, vergeudet doch nicht alles. Wart erstmal, oder? Ich weiß nicht. Warte, wie viel? Gibt sechs Defense. Ich hab drei Defense. Ja, gut. Lass mal rein. Können wir ja mal lassen. Jo. Oh. Dann wär ich soweit, mich vielleicht mal auf die Suche nach den Meteoriten zu machen. Warte, willst du auch so nen Panic Necklace? Was macht der nochmal? Ja, das ist, warte, Increased Movement Speed after being struck und 4% Movement Speed. Ich geb den mal. Ne, will ich gar nicht. Ja, schau mal, du hast vier Slots, äh, fünf Slots hast du für Access. Ja, die sind bei mir alle voll. Ja, vielleicht hast du irgendwas, was du nicht brauchst. Ja, ich pack jetzt so nen dummen Ring weg, der ist nicht so gut. Alter, jetzt wird hier über mir gebohrt. Ich hör's nicht. Ist auch besser so. Bin soweit, ausgerüstet. Was machen wir probieren oder was? Oh, ist die schnell. Ne, ich würd sagen, wir machen uns mal auf die Suche vielleicht nach dem Meteoriten. Achso, ja. Übrigens, die Pickaxe kann Hellstone minen, gell? Ja, hast du gesagt. Ja, weiß ich. Das ist übelst geil. Das ist übelst geil. Oh, das ist hier so ne Öko-Tunde ist auch hier. Das ist die Drüaden-Dings da. Unser Haus ist schon wieder voll, kann das sein. Die Kaserne ist voll. Wollen wir nach links schauen? Ja. Da waren wir eh noch nicht ganz durch. Auf geht's. Yay. Immer diesem Licht nach. Das ist ein Irrlicht. Boah. Verdammt. Ich bin auch so ein geiles Teil wie du. Du meinst diesen Kratzer, oder was? Wo du so liegen kannst. Boah, es ist so dunkel. Boah. Ich mach Licht, gell? Ja, ja. Ich lauf einfach. Ja, ja. Und da rennt er weg. Ich bin die Eisenbahn. Tutu. Au. Haha. Was sind das eigentlich? Haben die so Gelee auf dem Kopf, oder was? Ja. Oder sind das außerirdische Aliens? Man weiß es nicht. Äh, außerirdische Aliens, außerirdische Zombies. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es so Unterwasser-Viecher. Die sich angepasst haben. Und noch ein Stern. Alter Schwede. Aber der Meteorit kann doch nur in der Wüste landen, oder? Ja. Sicher? Das weiß ich nicht. Oh. Was ich so weiß, ist in den früheren, also in den früheren, oder was ich gespielt habe, da ging es nur in der Wüste. Ja dann, obwohl hier ist die Wüste schon wieder vorbei. Schade eigentlich. Ich dachte, hier kommen wir jetzt gerade so ins richtige Biom. Hoho. Ich sehe es. Ich bleib nicht stehen für den. Warte, bleib mal hier. Ich bleib mal schauen, ob ich das abbauen kann. Oho. Oho. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt auf deine Bombenkünste verzichten, ne? Hey. Meine Bombenkünste sind kunstvoll. Ja, alles was schräg ist, wird heutzutage als Kunst bezeichnet. Oh mein Gott. Oh. Unterwegs. Oh, hier. Wüste. Sehr gut. Oder? Nein. Hä? Sehr schlecht. Was ist denn das? Das ist aber eine ziemlich gepflanzte Wüste. Oh Piranha. Was ist denn das? Ist das im Dschungel? Nioh. 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 Ey, ich glaube, es ist ein Dschungel. Ist doch schön. Schön für ihn. Nioh. Es gibt coole Items. Äh, nein. Oder ist es ein Sumpf? Noch ein Meteorit. Uiuiui. Die Chancen steigen, dass wir ihn finden. Wir werden verfolgt, Raffi. Ich will dich nicht nervös machen, aber... Wann trink fest? Ja, sie wollen eh alle zu mir. Glaub ich nicht. Das Auge liebt nur mich. Ja, du bist fast tot. Ja, das ist Absicht. Hä? Wie das? Natürlich nicht. Nein, ich meine, wie hast du so viel Leben verdammt? Durch Monster. Echt? Ja, ich flitz hier einfach durch zum Teil. Au, was trifft mich denn hier schon? Äh, da ist noch ein Zombie unter Wasser. Ja, du. Ihr spinnt doch alle. Schreib mal ein bisschen weiter, gell. Ja, ja, mach du mal. Ich muss gleich wahrscheinlich eine Pause machen, weil ich so wenig Leben hab. Jo. Schön. Ich wünsche, dass du das noch gerade alles bekommen hast. Oh, scheiße. Ich glaub, das war so dieser übliche Scheißdreck halt. Nix besonderes. Ja, dann. Ah, nee. Komm her. Das kann jetzt nicht wahr sein. Komm, raus da aus der Suppe. Oh, Stern. Ja, immer mitnehmen, ne? Ja, ja. Dafür kriegen wir ja diese... Mana-Sterne. Ja, genau. Für drei waren's, oder? Nee, für fünf. Fünf Sterne sind ein Mana-Stern. Ah, ist das schön. Vielleicht schon wieder so ein Höllenbiom. So ein Krimsenbiom. Ja, siehst du, als ob wir uns so schnell hier die Herzen ausgehen. Das glaub ich nicht. Ja, und wenn's wär, dann können wir uns wirklich halt neue Welten machen. Ja. Wollen wir hier reingehen? Ja, oder? Erstmal nicht. Ich will jetzt den Meteoriten haben. Weil da kannst du auch super Sachen draus zimmern. Eine Meteorit-Rüstung ist schon mal richtig geil. Ja. Und mit einer Meteorit-Rüstung will ich's gleich nochmal probieren dann. Den Boss. Le Boss. Le Boss. Und dann kriegst du auch nochmal so eine Dings-Potion. Nimmst du den Stern mit? Ja. Bin auf Tauchkurs. Ist das hier schon... Nee. Hier ist erstmal Watt. Das wird nämlich draußen nochmal ein bisschen flacher. Okay. Hä, ist das Wüste hier? Ich hab... Voll die komischen Biome. Warte, hier ist... Hier geht's los mit Dingens. Na gut. Hi. Hi, hi, hi. Ich geh. Tschüss. Ich auch. Ich teleporte mich. Sicher? Sonst lass uns doch in die Höllen-Dingens gehen. Oder ja, genau. Das sterben wir sowieso. Ja, siehste. Ist ein guter Plan. Dann sind beide rechts eingeschlagen. Schau das gar nicht so schlecht an. Ja, dann nehmen wir sie beide mit. Und dann können wir dort in der nächsten Höhle sterben. Also alles nach Plan. Und dann könnten wir uns auch an das Skelett machen, ne? Also den alten Mann am Tempel. Ja. Wenn wir eine gute Rüstung haben. Ich weiß nicht, wie der so ist. Die Bosse sind hier nie ohne. Vor allem zu zweit ist es nicht so leicht immer. Aber dann sollten wir uns vorher einfach einen Posten machen. Mit einem Bett. Dass wir halt dort spawnen. Weil der ist dann glaube ich nicht weg. Ach stimmt. Ja, 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 genau. Das könnten wir eigentlich hier auch machen. Ich weiß nicht, wie schwer es ist ein Bett zu machen. Oder wie macht man das überhaupt? Mit Holz und... Oh mein Gott! Hier Spinnenweben halt. Glaub ich. So müsste es irgendwie sein. Ja, das wäre ja... Es ist dunkel, ne? Setz da mal eine Fackel. Ah! Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Mein Gott, haut ab! Au. Mach ganz viel Schaden, die Viecher. Hier sind auch nochmal viele. Stell ich nicht so an. Aber du, ne? Gerade. Oh mein Gott! Du Drama-Queen. Mehr Drama. Du bist Bruce. Das sind gar keine, oder was? Ja, warte doch mal. Wir sind auch noch nicht unten. Okay, ja. Ja, das ist dein Leben. Ah! Wie viel Leben hast du? Was ist das? 260, das ist dein. Echt? Ja, warum nicht? Ich habe es einfach so genommen. Aber wenn ich es dir sogar anbiete, dann hast du gar kein Problem damit. Ja, eben. Gibt es das... Altare ohne Ende? Hör mal auf, dich hier so ungepflegt auszudrücken. Mit Altar und so. So, was haben wir denn hier alles so? So, ich leuchte mal grad so ein bisschen aus. Warte, da links ist auch so ein Ohr. Schau mal hier. Guck mal auf der Karte. Siehst du das, wenn ich so Streifen schieße? Ach so. Geiler Scheiß. Ah! Herzen! Komm, hier oben ist so ein Ohr. Siehst du das? Ja, das Rote meinst du? Wurm! Ich wusste es schon nochmal, Raffi, du hast Würmer. Nein, tut mir leid. Hey! Warte, jetzt soll ich mich zu dem ersten hinbauen? Ich bin auch grad dabei. Machen wir das jetzt jeder für sich? Erz, nicht Herz. Wo ist ein Herz? Ja, ich bin auf dem Weg zu dem Erz. Ach so, okay, dann viel Spaß noch. Okay, das baut aber schon... Boah, dort wird der da hier in einer Sekunde abgebaut. Boah! Boah! Ah, das ist Criptain Ore, okay. Ja, gut. Ja, davon hatte ich doch schon mal so ein paar eingesammelt, ne? Ja, ja. Als wir uns in dem Eisding noch umgebuddelt haben. Ja, ja, ja. Übrigens, jetzt müssen wir das auch noch weitermachen, ne? Fällt mir gerade so ein. Stimmt. Da war was. Er ist Abbauung, glaube ich, mit dem. Wahrscheinlich. Hey, das ist eine gute Idee. Soll ich mal grad das Herz kaputt machen? Ja. Eins ist ja okay, ne? Oh, ich ertrinke! Nein! Boah, das war knapp. Da hab ich doch glatt ein bisschen gepennt. Ja, ich will das hier mal. Mann, hier haben wir so viele Viecher hier. Irgendein Necklace-Teil habe ich bekommen. Ich bin wohl hier mal nicht so oft. Ja, das ist genau das gleiche, was du bekommen hast. Dieses Panic Necklace. Nur das ist halt der Movement plus 4% Damage. Ja, ist auch nicht schlecht. Guck mal grad, ob ich irgendwas weglegen kann dafür. Hm, ne. Kurz Luft holen, dann baue ich das hier noch ab, ja. Also wenn du das haben möchtest, dann sag Bescheid. Ne, ich habe auch noch ein Tiny Necklace bekommen. Super. Die Drops sind ja sehr einfallsreich hier. Jawohl, doch. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich habe 1% Movement. Ich glaube, da ist das besser. Oh. Oh, sorry. Fast schon. Okay. So. Wäre mal nicht schlecht. Ich habe so vieles davon. Oh. Boah, wie viele Gänge das hier gibt. Also hier, wenn noch. Oh. Ein Herz. Schön. For you. Danke, dass du mir das schenkst, Raffi. Du bist so gütig einfach. Bitte, bitte. Kein Problem. Immer wieder gern. Ich komme mich dabei zum Herz, gell. Willst du es nochmal wagen, oder was? Ja, können wir ja machen. Willst du? Oder? Ja. Ja, komm. Obwohl. Ja. Ich würde mich ehrlich gesagt erst hervorbereiten. Davor nochmal. Ja. Heißt Meteorit finden, weiter nach unten buddeln. Genau. Alle töten. Was in Hellstone? Wie war das? In der Hölle gibt es auch sauviele geile Sachen zu machen. Naja, wir müssen nur weiter nach unten. Es wird noch viel, viel spannender. Ja. Boah. Jetzt haben sie mich eingekesselt, die Schweine. Au. Nein. Länge. Das sind nochmal zwei Herzen. Ja, schau mal hier. Ich sehe aber nichts. Au. Da ist irgendwas runtergefallen. Scheiß Viech. Ein Fatze-Monster. Okay. Was haben wir hier noch? Wasser. Schön. Wollen wir rausgehen, oder? Tchuuu. Boah. Der Rückweg wird ja auch ätzend, oder? Ja. Warte, ich will erstmal gucken, ob hier oben noch... Obwohl rechts dürfte jetzt nichts sein. Da waren wir ja gerade schon. Achso, da oben rechts meinst du. Oh. Hast gesehen? Ne. Guck mal. Was? Ist der Herzteil. Echt? Ja. Nimm mal mit. Ich soll es mir gönnen, hast du gesagt? Oh nein. Ich hab gesagt, nimm es mal mit. Warte, ich komm ja schon. Warte, ich komm ja schon. Meine Güte. Nein. Deswegen wollte ich es auf die sichere Methode machen. Pass auf, Parkour King. Mhm. Hast du gesehen? Ja, ja, hab ich gesehen. Und dann gönnt er sich einfach wieder, weißt du? 300 Leben hab ich erst. Du hast 380, oder? Ja. Ich glaub 400 ist das meiste, kann das sein. Das hast du schon mal gefragt, und ja. Aber ich glaub man kann ja nochmal mehr dazu kriegen. Wie das denn? Kannst du nochmal so ne zweite Schicht aufbauen. Ich glaub ja. Wie so, so Rüstungsherzen irgendwie. Und dann hast du 800, oder was? Ich weiß nicht. Ich glaub da kannst du nochmal 200 oder 100 drauf kriegen. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau wie die gehen. Das mit zu wenig. Sowas möchte ich nicht. Tch. Okay dann. Okay. Ich bin tolerant. So. Äh. Wartest du mal auf mich? Ich kann mich auch einfach nach Hause teleporten. Das wär aber ziemlich unsozial von dir. Echt? Ja. Find ich nicht okay. Alter, wie du. Was denn? Du scheiß Jetpack-Futzi. Bin ich nicht. Doch. Kein Jetpack. Doch. Ich hab nur ein Blizzard im Glas, ja. Ja, das ist ja. Das ist... Das ist wie der Furz in der Dose. Das ist so ein Jetpack. Schäme dich. Deiner ist nicht so gut, oder wie ist das? Oh. Bei deinem kannst du ja ein bisschen fliegen. Kann ich nicht. Ich seh nix. Es ist dunkel. Okay. Nur für dich. Nein. Oh Mann. Spiderman. Spiderman. Was? Gibt's dir gut? Ja, ich schaff's noch nicht den Scheißpunkt. Unfähig. Einfach nur unfähig. Ja, ja. So. Boah, wie viele Monster hier ankommen. Hey, au! So, jetzt bin ich auch sauf. Das ging ja auch sehr, sehr schnell, ne? Ich hol dich gleich ein, keine Angst. Nein! Oh, verdammt. Warte, hier ist Lead-Ohr. Wollen wir das mitnehmen? Kann man schon machen, eigentlich. Ach, hier ist ein Baum. Schön. Oh, jawoll. Was ist die beste Pickaxe eigentlich? Das weiß ich nicht. So weit hab ich nie gespielt. Nicht? Oder nie zugeguckt. Ich hab ja vorher nie gespielt. Schämlich. Ah, doch. Ein... Oh, es gibt ja... Stimmt, es gibt ja nicht die beste Pickaxe, sondern diese Drills. Mithril Drills. Ach genau, diese Dinger zum Bohren, diese... Genau. Wir haben Kupfer zurückgelassen, wo wir zurückgehen. Ne, ne? Kupfer ist ja... Unglaublich wichtig für uns. Hast du gesagt, du holst mich ein? Ja, ja. Auch. Na gut, wirst du noch schaffen. Sobald es hier ein bisschen geländiger wird, bin ich immer ziemlich schlecht. Wie hier zum Beispiel. Es war schon sehr schlecht getimed. Puh. Puh. Boah. Ey, was ist denn hier? Was ist hier los? Das geht nicht gut. Ich warte mal mit. Ist ja... Ist schon ein Dschungel hier, gell? Oder ist das hier? Jaja, irgendwie schon. Deswegen... Hier ist auch eine Höhle. Also Dschungelhöhlen sind ja angeblich immer ziemlich gut. Wollen wir hier reingehen? Das können wir machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wie schaut's damit aus? Boah, du bist so gemein. Schau, hier. Klaus-Dicken. Danke. Bitte, bitte. Fackst du das mal? Wie? Ich pack das. Was soll ich denn packen? Ich werde es killen. So. Pass auf. Ich hab Shriekens bekommen. Na gut, aber dann... Ich... Spär. Ich renne schon. Ist nix tolle. Zu spät. Oh. Hihihi. Schärm dich. Die nächste gehört wieder dir. Ja, trotzdem schärm dich einfach, okay? Ach, lass mich doch. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Hahaha.